Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute in ein bisschen einer anderen Umgebung. Ich dachte, ich genieße noch ein bisschen die Abendsonne und frische Luft schadet momentan noch nicht, weil ich einen tierischen Hals auf Amazon habe. Und das soll auch gleich das erste Thema sein. Wie ihr wisst, habe ich ab und zu unten in den Videobeschreibungen von Amazon Partner solche Links. Da könnt ihr, wenn ich ein Produkt getestet habe oder wenn ich irgendwas bastel, wie mit einem LED-Streifen, dann könnt ihr da unten direkt draufklicken, er klicken, landet auf Amazon und könnt es dort kaufen. Kostet euch keinen Cent mehr und ich habe den Vorteil, ich kriege eine mini kleine Pipi-Provision. Ich glaube, bei so Technikartikeln sind es 2,53 Prozent und habe da auch ein bisschen was davon. Ja. Und in den letzten zweieinhalb, drei Monaten habe ich da mit 10 Euro und 1 Cent generiert. Richtig dick. Jetzt kann man mal hochrechnen, was Amazon da für einen Umsatz gemacht hat. Und es hat auch toll funktioniert und ja, warum nicht? Ich meine, wie gesagt, haben wir alle was davon. Ja. Und dann kriege ich auf einmal eine E-Mail von Amazon und das würde ich euch gerne mal vorlesen. Dein Konto oder deine Gruppe in einem sozialen Netzwerk erfüllt unsere Programmbedingungen nicht. Das Konto oder die Gruppe muss bereits etabliert sein und eine beträchtliche Anzahl an Followern-Abonnenten aufweisen. Versteht ihr, was ich meine? Die sperren dir das Konto und sagen, du bist eine kleine Wurst. Den Umsatz, den wir mit dir machen, den wollen wir nicht. Hallo? Sag mal, geht's noch? Wie großkotzig kann ein Schuppen sein? Ohne Witz. Ich finde es so dermaßen frech. Hätten sie irgendwie geschrieben, deine Themen passen uns nicht. Wir wollen nicht, dass du für uns wirbst oder keine Ahnung, dein Gesicht passt mir nicht. Irgendein Quatsch, irgendein Grund. Aber nicht, du bist zu klein. Ja? Die tausend Euro, die man mit dir verdient haben, die wollen wir nicht. Ja? Naja, die zehn Euro und eins überweisen sie jetzt großzügig noch, aber danach ist Schluss und ich soll mich doch wieder bewerben, wenn ich einen größeren Kanal habe. Jetzt mal ganz ehrlich, fuck you. Ohne Witz, Entschuldigung, aber völlig bescheuert. Ich habe mich natürlich gleich noch mal beworben, ein neues Konto eröffnet und habe da dieses Mal mein Forum noch mit reingebracht. Also ich habe ein ganz großes deutsches Forum, da geht es um E-Zigaretten und da sind wirklich Millionen an Beiträgen drauf. Das Forum ist riesig und habe als, man muss ja immer angeben, was man für Seiten und Kanäle so hat. Und da habe ich jetzt mein Forum drin und meinen YouTube-Kanal. Das Ganze läuft jetzt auch wieder. Ich bin in der Bewerbungsphase momentan. Ich habe in allen Videos die Links nochmal geändert. Und jetzt schauen wir mal, was sie jetzt sagen. Da bin ich ja echt gespannt. Wird wahrscheinlich jetzt wieder zwei, drei Monate dauern, bis sie das geprüft haben. Und ja, keine Ahnung. Vor allem, was bedeutet eine beträchtliche Anzahl an Abonnenten? Was ist bitte beträchtlich? Also Entschuldigung, aber für mich sind jetzt nach der Zeit, wo ich das jetzt mache, 38 Abonnenten haben wir momentan. Das ist für mich beträchtlich. Ja, ich kann ja zurückschreiben. Ich bin doch froh. Das ist doch eine beträchtliche Zahl, 38. Die haben das noch nicht mal an einer Zahl festgemacht. Ja, du brauchst mindestens 500 Abonnenten oder sonst was. Nein, ich brauche eine beträchtliche Anzahl. Ganz ehrlich, völlig bescheuert. Und was sich Amazon dabei denkt, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Aber gut, jetzt ist es so. Jetzt schauen wir mal, was passiert mit der neuen Bewerbung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, peinlich, peinlich, peinlich. So, das nächste Thema ist das iPhone. Ich habe ja im, na, wann war es? Letzten, vorletzten Sonntag. Ja, zu diesem, das am Sonntag eins. Habe ich ja gesagt, ich möchte mir ein iPhone kaufen. Aber nicht ein 11er, nicht ein 12er, sondern ich habe mich für ein iPhone XS Max entschieden. Oder 10S Max. Jetzt fange ich auch schon an mit dem X. Ich habe ja gesagt, weil ich glaube, man kriegt es schon für recht günstig Geld. Und das ist absolut noch up-to-date, das Ding. Ja, es ist schnell, hat einen tollen Prozessor. Es ist das Max, wie ich es wollte. Hat ein großes Display und auch ein super Display, ein OLED-Display und ja, war auf der Suche nach einem. Und tata, da ist es. Da könnt ihr euch dann schon auf ein paar Videos freuen. Werden jetzt demnächst dann auch kommen. Und ich muss sagen, ich habe das Ding so günstig geschossen und es ist Neuzustand. Das hat nichts. Null, kein Kratzer, nichts. Das einzigste ist, der Akku hat nur noch 92 Prozent. Aber jetzt mal ehrlich, merke ich nichts von. Ich komme damit super über den Tag. Also wirklich lässig. Und ihr kennt es, wenn man was neu hat, spielt man gerne dran rum. Ja, bin sehr zufrieden mit iOS ein bisschen am Kämpfen. Aber wie gesagt, da werde ich demnächst ein oder das andere Video mal noch dazu bringen. Könnt ihr euch darauf freuen, weil vielleicht sind ja auch noch andere Leute auf der Suche, weil sie umsteigen oder einsteigen wollen und haben eben keine Lust, 600 bis 1000, was weiß ich, was die iPhone 12 Post kosten, die 9500 Euro auf den Tisch zu blättern. So und zu guter letztendlich nochmal einen kurzen Überblick über den Kanal. Ich meine, interessiert vielleicht den einen oder anderen, wie es vorangeht oder wo wir jetzt momentan stehen. Momentan sind wir bei 38 Abonnenten. Und wie gesagt, ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, das hört sich wenig an, aber das ist doch sehr viel. Also für mich ist das wahnsinnig viel und ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das ja für meine Maßstäbe so rasant vorangeht. Bin ich echt froh und wahnsinnig dankbar. Ja, Dankeschön für jedes Abo und auch vor allem für jeden Kommentar. Freut mich immer wieder zu hören, dass es euch gefällt und ich hoffe, ich konnte auch helfen, wenn da Fragen waren. Wunderbar, macht weiter so. Wirklich klasse. Insgesamt haben wir eine Wiedergabezeit von 167,1 Stunden und 2000 Aufrufe. Und es sind schon ganz krasse Zahlen. Da bin ich echt wahnsinnig happy. Ich meine, ich habe ein Video drin, das hat jetzt mittlerweile 500 Aufrufe. Und man muss mal überlegen, ich mache das jetzt seit, keine Ahnung, drei Monaten. Und mit meinen Mitteln und ihr merkt es einfach nur cool. Weiter so. Ich hoffe, dass auch der Content in Zukunft so gut ankommt. Ja, und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Nur eine ganz kurze Runde am Sonntag, weil ich musste unbedingt das Amazon-Thema loswerden. Ich bin da auch echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde das so lächerlich. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Da gibt es ein kleines Video über ein HDMI Capture Stick. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Sonntag. Genießt die Sonne, die frische Luft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.